Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute mal mit einem sehr, sehr spannenden Thema, denn heute soll es einmal um Hörbücher auf Amazon gehen. Ich möchte dir zeigen, wie du diese produzieren kannst, welche Bücher sich dafür eignen, welche nicht, wie du das Ganze dann auch vertreiben kannst und verkaufen kannst und natürlich auch, was du dabei beachten musst, was es für Verdienstmöglichkeiten gibt und so weiter. Also viel Spaß bei diesem Video. Zuerst einmal, warum kommt dieses Video erst jetzt? Denn dieser Kanal existiert ja schon einige Monate. Ganz einfach, Audible legt uns ein paar Steine in den Weg, sodass es gar nicht so einfach ist, aus Deutschland Hörbücher zu veröffentlichen und deshalb musste ich mir einiges einfallen lassen, um das Ganze jetzt hier präsentieren zu können, denn ich möchte euch natürlich auch nur Dinge zeigen, die sauber sind, die erst rein sind und die ihr auch direkt anwenden könnt. Und deswegen hat das Ganze so lange gedauert. Trotzdem auch von mir der Disclaimer, das ist der aktuelle Stand. Ja, Audible hat sein ACX-Programm noch nicht in Deutschland gelauncht, das heißt eigentlich ist es gar nicht richtig möglich, Hörbücher zu veröffentlichen als deutscher Self-Publisher, aber ich habe einen Weg gefunden und den möchte ich dir heute präsentieren. Alles ohne Gewehr, ja, du musst es selbst austesten, schauen, ob es für dich funktioniert. Ich übernehme keinerlei Achtung und möchte mich da auch nicht festnageln lassen. Sobald es dort Updates gibt, ja, sobald es Audible bzw. ACX dann auch in Deutschland gibt, werde ich dazu natürlich auch nochmal ein extra Video machen. Bis dahin, denke ich mal, funktioniert diese Strategie ganz gut, die ich dir heute zeige. Ja, welche Bücher eignen sich jetzt dafür? Ich meine, letztendlich eignet sich jedes Buch, was man irgendwie aufnehmen kann. Die Frage ist halt, ob das lukrativ ist. Man muss immer im Hinterkopf haben, so eine Hörbuchproduktion ist halt ziemlich aufwendig, dazu komme ich auch gleich nochmal. Daher ist die Nachfrage insbesondere bei drei Themen sehr, sehr hoch und ich würde auch nur in diesen drei Themen Bücher veröffentlichen. Einmal der Bereich Entspannung, ja, da können geführte Meditationen zum Beispiel aufgenommen werden, Entspannungsgeschichten, Hypnose, ich weiß nicht, was es da alles gibt. Dann der Bereich Unterhaltung, der ist natürlich sehr breit. Das kann einmal der Fiction-Bereich sein, in dem wir uns einfach, ja, irgendwelche Romane anhören, Krimis, Kindergeschichten, was auch immer. Denn auch im Kinderbereich gibt es da sehr, sehr viel Potenzial. Oder natürlich auch der Bereich Weiterbildung. Ja, das sind insbesondere Nischen wie Erfolg, Motivation, Finanzen, Lebensführung, Psychologie. Du musst dich einfach mal fragen, was würdest du dir selbst anhören? Schau dir die ganzen Bücherkategorien an, welche davon würdest du dir selbst als Hörbuch anhören? Und ich denke, da fallen die meisten Kategorien in diese drei Themenbereiche. Doch wie genau bekommen wir jetzt raus, ob sich ein Thema lohnt, ob ein Thema für uns lukrativ ist? Das ist wieder relativ easy, denn auch die Hörbücher haben Sales Ranks. Das heißt, wir können schauen, welche Hörbuchthemen gehen gut, welche eher nicht so. Und ich gebe jetzt hier einfach mal ein Krimi. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann hier mal drin rumscrollen und würde jetzt hier zum Beispiel sehen, hier gibt es ein Audible-Hörbuch zu diesem Krimi. Zu dem auch. Oder, was ich auch machen kann, ich kann hier links filtern nach Hörbüchern. So, ich klicke jetzt hier einfach mal rauf. Ja, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja, hier wird das Hörbuch anscheinend gerade nicht wirklich angeboten. Dann gehen wir einfach mal auf dieses hier. Und sehen jetzt, das hat ein Sales Rank von 262 in Audible-Hörbüchern. Jetzt weißt du natürlich nicht, wie dieser Sales Rank einzuordnen ist. Der ist ein bisschen anders einzuordnen als zum Beispiel die Sales Ranks in der Bücherkategorie. Ich gebe mal so als Benchmark aus. Alles unter, ich sage mal so 5000 kann lukrativ sein. Wie viel Sales du bei welchem Rang genau hast, dafür gibt es, glaube ich, derzeit noch kein Tool. Falls du ein Tool kennst, gerne mit in die Kommentare. Ich habe da so ein paar Erfahrungswerte. Also unter 1000 wird es zum Beispiel sehr lukrativ. Alles über 1000 hat auf jeden Fall Nachfrage, wird sich angehört. Und alles über 5000 ist dann schon schwierig. Da hat man ab und zu mal so eine Laie, aber viel mehr auch nicht. Das mal so als grobe Benchmark für dich. Und so kannst du quasi alle Themenbereiche durchforsten, ja auch bei Ratgebern und so weiter. Und kannst dann vorher schon sehen, ob das Ganze lukrativ ist. Eins solltest du allerdings verstanden haben. Das ist natürlich hier Amazon jetzt und nicht Audible. Ich nutze jetzt hier Amazon nur für die Lukrativität. Der Kunde, der kommt ja über die Audible an sich. Das heißt, der geht auf audible.de und sucht dort entweder über Handy, Tablet, Smartwatch, was auch immer, sein Hörbuch. Heißt, der hat auch ein ganz anderes Bewertungssystem. Wenn du jetzt hier schaust, okay, dieses Buch hat knapp 500 Bewertungen. Kein Wunder, dass es sich gut verkauft. Bei Audible haben wir nochmal ein ganz anderes Bewertungssystem, was ich dir gleich auch nochmal zeigen werde. So, wir sind jetzt hier auf Audible. Und du siehst, das Buch, was ich hier eben hatte, habe ich jetzt hier auch nochmal rausgesucht. Und da sehen wir schon, das hat auf Audible über 5000 Bewertungen. Das Coole an Audible ist, jedes Mal, wenn jemand ein Hörbuch hört, dieses Buch abschließt, wird er dazu aufgefordert, es zu bewerten. Und er kann mit einem Klick eine Sternebewertung geben, ohne auch Text oder sowas anzugeben. Berichtet mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, so war das. Und deshalb kommen sehr, sehr viele Bewertungen zusammen. Die Erfahrung habe ich übrigens auch gemacht. Das heißt, ihr braucht euch überhaupt nicht um Bewertungen kümmern. Das funktioniert komplett automatisiert. Und natürlich, schlechte Bücher werden dann abgestraft, haben irgendwie nur schlechte Rezensionen. Aber gute Bücher, da braucht ihr euch nicht um Bewertungen kümmern, sondern die kommen dann ganz organisch rein, wenn die ersten Sales stattfinden. Und das ist echt cool, dann Bewertungen besorgen, wisst ihr selbst, ist ein bisschen lästig. Wie können wir jetzt Geld verdienen? Einmal über den regulären Preis, ja, 35 Euro. Da würden wir einen Teil bekommen. Wie das genau strukturiert ist, zeige ich nachher nochmal. Oder über dieses Audible-Abo. Das heißt, ein Audible-Nutzer kann für 10 Euro im Monat sich ungefähr ein Hörbuch downloaden. Man kann das einen Monat lang kostenlos testen, kannst du vielleicht auch mal machen. Ist ganz cool. Ja, kann man sich einfach kostenlos ein Hörbuch holen. Teilweise, wenn die Hörbücher sehr, sehr kurz sind, das geht jetzt hier 19 Stunden, wenn die sehr kurz sind, kosten die manchmal auch nur ein halbes Guthaben. Aber in der Regel ein Guthaben. Und das heißt, für 10 Euro würden sie jetzt dieses Hörbuch bekommen. Das heißt, für die meisten Leute macht das gar keinen Sinn, 35 Euro auszugeben. Deswegen zieht Audible sehr viele Leute in das Abo. Und das ist für Audible natürlich auch ein Riesenpotenzial, da jeden Monat Geld zu scheffeln. So, machen wir aber mal weiter. Wie kommst du jetzt an dein Hörbuch? Da hast du insgesamt zwei Optionen. Die erste Option ist, selber aufnehmen. Möchte nicht jeder, aber einige haben da Lust drauf. Und es ist auch ganz cool, wenn der Autor sein Werk selbst aufnimmt. Du brauchst natürlich dementsprechendes Equipment, ist aber auch nicht super teuer. Also zum Beispiel dieses Mikro, was ich jetzt hier gerade verwende, würde schon ausreichen für den Audible Hörbuchstandard. Und das hat, glaube ich, so um die 200 Euro gekostet. Es gibt auch Mikrofone deutlich darunter, die auch ausreichen. Oder Option 2, du lässt das Ganze produzieren. Hat dann natürlich deutlich höhere Qualität, weil du einmal auch einen professionellen Sprecher hast. Es geht ja nicht immer nur um die Audioqualität, sondern auch um das Eingesprochene. Das muss sich gut anhören. Da gibt es einige Sachen zu beachten und viele Sprecher haben halt auch so eine Ausbildung genossen. Und das ist schon ziemlich cool, wenn man das auslagern kann. Denn das macht sich auch in den Bewertungen bemerkbar. Da siehst du hier einmal an den Bewertungen unsere Selbstdisziplin Hörbuchs, welches von Andreas Hofmann selbst eingesprochen wurde. Und er ist halt kein professioneller Sprecher. Und das siehst du da auch an der Sprecherbewertung. Nur 3,4 von 5 Sterne. Gesamt haben wir 4 Sterne von 5. Ist, denke ich mal, ausbaufähig. Aber das liegt halt daran, dass er das selbst gemacht hat. Und wir haben damals eine Menge Kohle gespart. So, und da wären wir auch schon beim Punkt, produzieren lassen. Lohnt sich das für jeden wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, es lohnt sich eher für Bücher, die allgemein schon gut laufen. Es gibt zwei Optionen. Also einmal, dass du es produzieren lässt. Dass du die komplette Hörbuchproduktion selbst bezahlst. Vorteil, ja, du hast auf jeden Fall verschiedene Anbieter. Du hast gute Qualität und so weiter. Fiverr, Upwork und Co. bieten Sprecher. Du kannst auch in Deutschland nach deutschen Sprechern über den Sprecherverband oder sowas schauen. Nachteil ist halt sehr teuer. Also ich gebe mal so eine Benchmark. Es kostet meist so 200, 300 Euro pro aufgenommene Audiostunde. Also wenn du sagst, hey, mein Hörbuch geht 3 Stunden. Dann bist du schon fast bei 1000 Euro. Und das geht halt sehr, sehr ins Geld und wird sich sicherlich für viele Self-Publisher nicht lohnen. Gerade für so Billigbücher. Ja, da musst du schon gute Qualität haben. Dein Buch muss gut laufen und du musst einen guten Cashflow haben. Aber es gibt ja auch noch B, ja, Option B. Und zwar Royalty Share. Royalty Share heißt, dass du letztendlich 50% deiner Einnahmen an den Sprecher abgibst. Aber dafür produziert er dir dein Hörbuch vollkommen kostenlos. Das heißt, du trägst überhaupt keine Produktionskosten, hast überhaupt kein Risiko. Nachteil ist natürlich, du gibst Lifetime 50% an den Producer ab. Das kann sich in manchen Fällen lohnen. Wenn dein Hörbuch natürlich richtig gut läuft, ja, dann wärst du wahrscheinlich besser bei weggekommen, wenn du das Ganze selbst produziert hättest, beziehungsweise wenn du die komplette Hörbuchproduktion auf einmal bezahlt hättest. Oder C, vielleicht eine Hybridform. Das streue ich jetzt einfach mal so als Idee ein, dass man einfach sagt, hey, pass auf, produziere mir das Ganze für 200-300 Euro nur, also deutlich unter den eigentlichen Produktionskosten. Und ich gebe dir Lifetime 10 oder 20% ab. Das kann man ja vertraglich alles festhalten und ist vielleicht auch eine ganz coole Möglichkeit. Doch wie genau können wir jetzt unser fertiges Hörbuch vertreiben? Vertreiben, da gibt es wieder verschiedene Optionen, da hat sich auch einiges getan in den letzten Monaten. Einige neue Optionen sind dazugekommen, andere funktionieren nicht mehr und so weiter. Deswegen kommt das Video auch erst jetzt. Ich persönlich vertreibe meine Hörbücher über ACX. ACX ist die Produktionsplattform von Audible und mit oder über ACX kann ich das Hörbuch auf Audible, Amazon und iTunes vertreiben. Das reicht in der Regel auch aus, weil die haben halt den größten Marktanteil. Das Problem an ACX ist, eigentlich ist ACX noch gar nicht in Deutschland verfügbar. Das heißt, man konnte nur über verschiedene Tricks so einen Account bekommen. Allerdings funktioniert auch das nicht mehr, denn mittlerweile gibt es dieses Feld im Registrierungsprozess. Und da soll man einfach angeben, dass man eine US-Tax-ID hat. Und ich würde euch hundertprozentig davon abraten, dort den Haken zu setzen. Denn ihr wisst nicht, was dann passiert. Wenn ihr bestätigt, dass ihr eine US-Steueradresse habt und diese nicht habt, dann könntet ihr echt Probleme bekommen. Ich weiß nicht, was im Worst Case passiert, ob ihr dann Probleme mit den US-Steuerbehörden bekommt oder ob euch ACX rausschmeißt oder was auch immer. Daher ist ACX mittlerweile für mich und auch zum Beispiel für meine Coaching-Klienten keine Option mehr. Was allerdings funktioniert, sind Distributoren. Da gibt es auch verschiedene Anbieter. Das heißt, die haben einen Audible oder einen ACX-Account und ihr vertreibt dann quasi eure Hörbücher über diese Distributoren. Und die zwacken sich natürlich einen bestimmten Share-Up davon. Vorteil ist, ihr könnt auch andere Plattformen nutzen, wie zum Beispiel Spotify. Ihr seid nicht nur auf Audible, Amazon und iTunes, sondern auch auf Spotify. Das hat zum Beispiel einen Vorteil, wenn du jetzt sagst, ich bin Experte in einem bestimmten Bereich und mir geht es gar nicht so um die Kohle, die ich mit dem Hörbuch verdiene, sondern ich möchte einfach möglichst viele Leute mit meinem Content erreichen. Da ist Spotify natürlich super, weil auf Spotify können die Leute sich das mit einem Abo kostenlos anhören und brauchen jetzt nicht auch noch das Audible-Abo. Und so kriegst du sehr, sehr viele Neukunden. Allerdings zahlt Spotify sehr, sehr wenig. Also monetär lohnt sich das meist nicht. Der Vorteil ist auch, dass es aus Deutschland möglich. Das heißt, ihr braucht keine US-Steuer-ID. Und Nachteil, es sind immer verschiedene Konditionen, verschiedene Vertragslaufzeiten. In der Regel gebt ihr, glaube ich, so 10 bis 30 Prozent oder so ab, je nach Plattform. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe sehr, sehr wenig Erfahrung mit diesen Plattformen. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, hey du Tom, ich habe Xingqi oder Xingqi ausprobiert und es hat nicht super funktioniert. Ich kann euch dazu relativ wenig sagen, will das aber als Option mit einstreuen. Ja, Royalty-Share, auch ein großer Nachteil, ist damit natürlich nicht so easy möglich, beziehungsweise nur außerhalb von Amazon oder ACX. Das heißt, ihr müsst dann einen eigenen Vertrag aufsetzen mit dem Sprecher, indem ihr dem zusichert, dass ihr 50 Prozent abgeht. Und das ist dann nochmal 50 Prozent von den nur noch 90 Prozent, die ihr vom Distributor bekommt und so weiter. Also ist ein bisschen tricky. Und auch die Auszahlungen sind immer etwas verzögert, teilweise auch nur einmal im Quartal und so weiter. Die Vertragsbindung ist auch nachteilig, je nach Anbieter unterschiedlich. Bei ACX habt ihr übrigens eine Vertragsbindung von sieben Jahren. Also wenn ihr euer Hörbuch dort anbietet, dann seid ihr sieben Jahre daran gebunden. Ihr könnt nicht einfach sagen, hey ich nehme das jetzt runter und biete das jetzt nur noch auf irgendeiner anderen Plattform an. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Was genau kann man jetzt verdienen? Also über ACX gibt es folgende Modelle. Entweder kriegt man 40 Prozent, wenn man es exklusiv anbietet, 25 Prozent, wenn man es nicht exklusiv auf ACX anbietet, 20 Prozent bei Royalty Share. Ergibt auch Sinn, ja, das sind die 50 Prozent von den 40 Prozent. Und zusätzlich gibt es ein sogenanntes Bounty-System. Bounties sind letztendlich Provisionen, die wir bekommen, wenn wir Neukunden ins Audible-Abo bringen. Ich gebe mal ein Beispiel. Andreas Hofmann zum Beispiel hat sein Selbstdisziplin-Buch auf seiner Webseite angeboten, hat gesagt, Hey Leute, ihr könnt das sogar kostenlos bekommen, wenn ihr einfach einen Audible-Probemonat abschließt. Dann kommen die Leute über seinen Link auf das Hörbuch, schließen das Abo ab und die Leute, die in dem Abo drin bleiben, die zählen dann als sogenannter Bounty. Und als Bounty bekommt man, glaube ich, 50 Dollar stand jetzt. 50 Dollar, wenn du das Ganze selbst produziert hast und 25 Dollar über Royalty Share. Also auch das ist sehr, sehr lukrativ. Ich zeige euch auch gleich nochmal unsere Einnahmen und dann wirst du sehen, dass man da echt viel Kohle mit verdienen kann. Allerdings muss man auch dazu sagen, das gilt jetzt für ACX, ja, Distributoren haben andere Konditionen. Wie viel darf jetzt ein Hörbuch auf Audible kosten? Also wie bestimmst du den Preis? Das ist einer der Nachteile, den kannst du nämlich nicht selbst festlegen. Das macht Audible und das, oder ACX, und das richtet sich nach Länge deines Hörbuchs. Das siehst du hier, ja, unter einer Stunde, dort gibt es meist Preise unter 7 Dollar und je länger dein Buch, desto höher auch der Preis. Ja, und wie gesagt, über dieses Abo kann sich das sowieso jeder über das Guthabensystem dann runterladen. Je nach Produktionsart kannst du dir also deine Tantiemen selbst ausrechnen und es gibt auch nochmal Unterschiede in den Distributoren und so weiter. Also es ist echt schwierig zu bestimmen, wie viel letztendlich du pro Sale oder pro Laie verdienst. Ja, ein Richtwert, ein KDP-Buch mit ungefähr 20.000 Wörtern ergibt eine ungefähre Wiedergabezeit von 200 Minuten, also 3,3 Stunden. Das so mal als Benchmark und dann kannst du dir mit den prozentualen Werten auch ausrechnen, wie viel du ungefähr verdienen kannst. So, zum Abschluss dieses Videos möchte ich dir natürlich auch zeigen, wie viel man mit einem Hörbuch verdienen kann. Das ist hier mal ein Beispiel von dem Selbstdisziplin-Buch. Das ging in den Verkauf am 2. Oktober 2018 und hat seitdem 2.426 Sales generiert. Man bekommt oder wir bekommen für jeden Sale, ich glaube so zwischen 4 und 5 Dollar. Also kann sich jeder selbst ausrechnen, sind wahrscheinlich so um die 10.000 Dollar seitdem. Und wir haben auch nochmal 66 Bounties verdient. Das war das, was ich vorhin angesprochen habe. Also hier haben wir auch nochmal 50 Dollar pro Bounty, sind also auch nochmal locker 3.300 Dollar. Also zusammen sind das wohl knapp über 12.000 Euro. Steht glaube ich auch im Titel dieses Videos. Also kann sich durchaus lohnen. Ja, das sind im Schnitt über 1.000 Euro pro Monat. Und das sind natürlich super Ergebnisse, wenn man das allein durch den Hörbuchkanal bekommt. Und da kommen halt auch nochmal die E-Book und Taschenbuch-Sales drauf. Und dann kann man sich ausrechnen, dass es nicht super schwierig ist, jetzt irgendwie mit einem Buch mal 500 Euro zu verdienen. Ja, also das ist jederzeit möglich. Das ist auch heute noch möglich. Und Audible bietet da eine super Möglichkeit, als dritten Distributionskanal nochmal eine Schippe draufzupacken und einfach nochmal mehr aus dem Buch rauszuholen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Falls du irgendwelche Fragen hast, gerne damit in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Tom.